herzlich willkommen bei lego herr der ringe zurück mit uns speziell p dem kevin wer ist hier dem simon mir genau könnt ihr jetzt auch oben links sehen und rechts und rechts genau oben links oben rechts die musik ist so geil kann man das unterbrechen für diejenigen die die miss die folgen verfolgt haben die folgen verfolgt haben heute bin heute voll neben der spur irgendwie die wundern sich jetzt vielleicht warum wir die mission hier schon wieder machen weil das war glaube ich die letzte mission die wir auch gemacht hatten aber es ist ganz einfach und später nur noch eine einzige tour und Prozent wir wissen wo die ist und da gehen wir jetzt hin genau wir rutschen einfach durch und holen uns die truhe schnell und dann haben wir die mission schon mal abgehakt ne ich komme nicht dran einfach hinvisieren ja ich komme nicht weiter so ein loop oder was hast du auch zu sein zu gehen jetzt aber so so trotzdem die punkte mit keine ahnung ist langweilig gerade langweilig das lass mich buddeln ich muss ja vorab sagen ist ja schon irgendwie traurig dass das jetzt auf ein ende zu geben ja noch ist nichts vorbei wir müssen noch einige missionen machen na trotzdem danach kommt ja es ist ja der hobbit angekündigt und manche es ist wahrscheinlich nicht verwunderlich dass wir dieses let's play auch starten werden ja ja guck mal ob es möglich kommen war doch das kommt spoiler ich den jetzt mal spoiler ich gehöre aber ob das zu zweit machen oder nicht das ist ja noch nicht ganz klar oder ich weiß nicht ob du mitmachen willst das liegt an dir ob ich mitmachen darf zu zweit am geilsten aber unwahrscheinlich ist dann mal waschen denke ich mal dass wir es auf 100 prozent durchzocken war nicht schon wieder auch wenn es geil ist obwohl man weiß ja nicht wie lange das spiel geht ne ja ich schätze mal also und ist es ich denke mal die lego spiele sind da ziemlich ähnlich und das dauert einfach zu lange weil wir möchten ja auch andere sachen spielen was denn was denn was denn das ist bestimmt die frage von denen jetzt ja dann so viel spoilern wir jetzt auch nicht ein spiel reicht oder ja weil im moment in letzter zeit ich meine wir jetzt bin jetzt seit einem jahr mehr oder ein etwas mehr ja paar monate vielleicht anderthalbjahr nächstes mal so du weißt ja jetzt bescheid ne ja ich weiß bescheid dann ist nämlich so eine geile tür da muss ich ihn jetzt so voll gegen klatschen komm dann darf ich das so machen hallo komm her du kleiner porno affe wiii Musik ist so geil porno affe popo pirat shit die musik ist anders echt eine spannende 8bit mucke wieso techno muss ist die nicht lauter das ist schade weil du es so eingestellt hast so warte wo ist das tor vor hey ich sehe das tor nicht da hinten da ja wo da war es doch da ist es da hast du keine ahnung hä hab ich nicht weit genug geworfen am arsch wahrscheinlich fick dich ich hoffe beim nächsten versuchen klappt es muss ich ja jetzt klappt es auf jeden ne jetzt steht er erstmal auf und dann muss ich wieder ausweichen du zockst schon weiter ja muss ich ja voll sinnvoll wieso wusste er nicht das stimmt kannst du ja mal kurz aussteigen dann ist hier das voll im screen yeah jetzt habe ich volles bild richtig geil jetzt gehts auf bam aua aua oh das ist nur fehl wenn du ihn tötest ne man kann ihn nicht töten das ist ja was geiler jawoll da ist die truhe juhu hey ich will die truhe haben mongo wenn ich jetzt nicht kriege ne rass dich aus meine truhe mein schatz meins 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 fickste nicht ey lol mongo ich will die truhe haben fick dich der wird sich hier nicht geheben nee ich kann ja spaß dir ey du hast auch mal schon bessere Tage gesehen oder opa ja jetzt komm ich dran juhu das war's okay alles klar next one das war's und tschüss wieder ein paar punkte mehr ja ist ja nichts mehr besonderes ne was gibt dat ein schönes Dorf oder wat juhu 600 äh 6 Milliarden meine ich nee noch nicht ganz oh ein miedrigstein yes ja den brauchen wir für die 100% ja dann kriegen wir bei jeder mission die wir komplett abschließen nice okay next one eins es geht jetzt zack 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 was machen wir denn als nächstes überhaupt aber die nächste die da oben ist die hier ja die hatten wir schon die wir nicht haben pass von kardras hatten wir aber zuletzt dann mach minen minen fehlen uns zwei eine truhe und ein gegenstand hier ich nehme mal hier so den klimaschlankenzungen was auch immer der für einen sinn hat denn die vor Augen schau mir in die Augen ich bin ne Frau wer bist du denn bist du die ich bin ne ganz liebsten eben okay es geht wirklich zack 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 durch und nun ne ich hoffe ich habe es war einmal ich war einmal ich war einmal vor langer Zeit wie ging das denn nochmal ich habe es nicht mehr ganz wo einselben und orcs zusammen lebten ne fröhlich zusammen lebten als eines tagekönig ok zum sauren dakteln ne zum menschenkönig sagte ja irgendwie so wo haben wir denn hier einen bogenschützen halt du kleiner kann man es nicht machen wenn man es nicht weiß wie es geht ja ne du hast dich grad ein bisschen blamiert Kevin du genau so ähm ja gut die frage ist jetzt wo kriegen wir die ganz was fehlt uns eine truhe und ein gegenstand ne oh mein gott ist natürlich fang was hab ich nie rausgezogen weiß ich nicht irgendein gegenstand da auch ziehen will was kann der denn guck wie der haut voll scheiße warte wir können doch auch jetzt mit anderen äh rumzündeln ne mit der box hier zundbüchse juhu zünderbüchse das kann jeder feuer machen Leute das geht voll schnell fuck der hat einfach nur drangehalten wie so ein Bunsenbrenner das ist doch geil Video von der Shisha aber hier wissen wir jetzt äh leider nicht äh wo die fehlenden Truhen und äh wo die fehlende Truhe und der fehlende Gegenstand ist das sieht man will nicht nachschauen ne weil dann brauchen wir es auch gar nicht durchspielen wenn wir es nicht selber rausfinden wollen finde ich ja stimmt irgendwie auch ich meine wenn das jetzt also wir haben es bei bei diesem Pfad haben also die eine Truhe die wir jetzt gerade gefunden haben die haben wir nachgeschaut weil die Mission haben wir ja wirklich sehr oft äh absolviert und da habe ich es ja ewig nicht rausgefunden ich meine könnt ihr ruhig schreiben dass wir da gefailt haben und ihr habt es natürlich gesehen aber dann müsstet ihr uns auch mitteilen ne wenn ihr es nicht tut seid ihr selber schuld dann müsst ihr es halt nachschauen ne was ist das hier was hast du da hä jetzt hast du den Ballrock geweckt na toll Kevin hab ich nicht ich hab das hier gebombt echt aber das kann man nicht aber da kann man nichts machen ja ich glaube das habe ich schon mal versucht du hast es gebombt ja aber das ging auch nicht aber ich habe gerade ähm ja ich habe das Zahnrad halt vervollständigt ne vielleicht ging es auch deswegen ja ich hoffe wir haben alles gehabt ja keine ahnung wir sind ja noch nicht weiter wir können ja immer noch hier rumlaufen hä ja der Raum sieht anders aus findest du warum kann man damit nichts machen das sieht so komisch aus oder ja wie so ein Gegenstand halt kann man das schieben ne ha wäre natürlich scheiße wenn das Buggy wäre ne ja kann man nach oben ja dann musst du ähm Elb nehmen genau aber ich bin grad echt ratlos ich meine jetzt müssen wir wirklich wieder alles abchecken hier ne hier habe ich zwei von drei ah ich glaube das hatte ich aber schon ja ist ja egal und wenn nicht dann haben wir es halt klar das stimmt nicht dass es am Ende übersiehst und dann äh oder lässt und dann habe ich es doch nicht gehabt oh scheiße ich glaube jetzt habe ich markiert dass es weiter geht oder auch nicht guck mal an die Decken und so das ist eine gute Idee ja hast du schon gehabt ja ich guck mal ob mal an die Decke wirklich irgendwas das ist ich sehe an der Decke jetzt nichts auffälliges hier kann so ein kleiner Dings fallen das geht ja nicht wo hier hast du es mal versucht ja das geht nicht ach so das äh das ist blockiert das muss man hier hinten irgendwo aufbauen glaube ich ha ich weiß es nicht keine Ahnung das kommt später da ist irgendwas Moment ich sehe jetzt überall irgendwie nein man muss glaube ich an der anderen Seite auch noch ok kann ich darüber nein kann ich nicht rüber ok ne ich vermute hier ist nichts mehr ach guck mal da ist ein Skelett kann ich das abschießen ich kann es nicht abschießen also wenn ihr irgendwas seht dann könnt ihr das ruhig in die Kommentare reinschreiben weil dann kann man es ja in der nächsten Aufnahme dann wieder mit ansprechen falls es eine nächste Aufnahme geben sollte ne wenn ja wenn wir sich halt in Deutschland schocken 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 komm ich ziehen das Teil ja ok jetzt kommen die Orks rein mach dich gefasst auf die Schlacht BAM aber toll macht er gar keinen Bum oh ich wechsle die Waffe warte mal ich mag dieses eine Schwert viel lieber BAM das hier was ich habe so ein fettes langer Säbel was auch immer schon mal da rein oh ne instant rot wer du? ja er darf man anscheinend nicht lang wo soll er denn jetzt hin? ja wir müssen jetzt einfach die Wellen hier abwehren glaube ich zumindest so war das glaube ich in der Zeit schaue ich mich dann doch nochmal mit lieber ein bisschen um gleich kommt nämlich so ein Oger Oh Oh ah das war geil die Attacke wo springen wir da? oh ich habe Punkte gefunden yeah schade keinen goldenen Schatztron oder Gegenstand oder whatever yeah Punker wie der aussieht ja sie haben ein Höhlen-Troll ein toll ab geht's Kummer nun Mungo in Brüder mich an Martin nicht kaputt müssen geht es weiter Warte mal guck mal hier hier war doch eben Leute warte mal warte mal hier ist was hä hier ist doch irgendwo was nee hier ist dieser Brunnen ach das ist jetzt umgedreht das Spiel oder naja die Teile sind hier weg nee man hatte doch eben hier ist dieser Brunnen den wir eben auch gesehen haben keine Ahnung ist das hier hä warum kann ich eigentlich nicht speichern das ist kein Speicherbrunnen das hier nicht nein kann man es vielleicht kaputt machen auch nicht das sah aus wie ein Speicherbrunnen aber stimmt das ist ein Zwerg ne nee das kann ich nicht kaputt machen schade komm schon gibt es hier nichts mehr die Teile habe ich rausgezogen ach ich weiß was das ist was hast du gemacht die hatte ich rausgezogen die kleinen die Männchen die Statuen echt hast du ja und hast du irgendwas bekommen ach das war dann eins von